Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Federpflege anzunehmen bei Feders in Tanavis. An dieser Position ist die Folgequest von Wiederzusammenbau benötigt. Quest ist angenommen. Nun darf man ihn anquatschen und die Sprechblase anklicken. Nun hat man drei extra Knöpfe. Benötigte Eingabe, Beliebungen, Taste drücken. Das ist die 1. Die 2 ist Speicher löschen und die 3 ist Neustarten. Speicher löschen also die 2 oder dieses Symbol klicken. Neustarten die 3. Er fliegt automatisch also ihr könnt nicht lenken. Also einfach nur die Anweisungen befolgen. Zwischenspeicher löschen die 2 und schon ist es erledigt. Weiß jetzt nicht ob es immer die selben Knöpfe sind, die man entwickeln muss, aber ich glaub das ist Zufall. Einfach drauf achten, was bei euch da steht. Quest ist abzugeben bei Feders in Tanavis. In dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.